Oh mein Gott, was ist das denn? Diamanten? Wie komm ich da bloß dran? Hier ist überall Lava. Mist, was soll ich jetzt bloß machen? Holzbretter gehen auch nicht, die verbrennen ja sofort. Oh, stimmt, ich hab hier meinen Pumarang. Ah. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Modifikation. Heute zeige ich euch die World Explorer-Modifikation für die 1.7.10. Und was diese kann, das habt ihr gerade schon gesehen, einmal ein Pumarang, diese neue Crafting-Chests, wie man sie auch nennen will, und neue Items, neue Tools. Und ja, ich würde mich freuen, wenn dieses Video über 100 Likes bekommen würde. Ein Kommentar wäre cool, zum Beispiel Mod for Shrug, oder wie ihr dieses Video fandet, oder auch die Modifikation. Und ja, ich würde sagen, fangen wir auch gleich mal an. Wir haben erstmal hier dieses coole, ja, Crafting-Table-Buch mit Chests drin. Also das ist ziemlich, ziemlich cool. Damit können wir verschiedene Sachen machen. Und wenn wir das öffnen, haben wir hier einmal unsere Study-Desk, also das nennt sich Study-Desk, das Ganze. Und ja, da haben wir einmal hier eine Chest drin, wie man sieht, also können wir Sachen reinverstauen. Hier haben wir eine Crafting-Table und dann haben wir noch mehrere Sachen, damit man mehrere Sachen craften kann. Und ja, wenn wir in eine Welt spawnen, kriegen wir als erstes so ein Buch. Ja, da steht einfach nur drin, dass wir Materialien auf eine andere Art nutzen müssen. Ja, und mehr steht da eigentlich nicht drin, das funktioniert noch nicht ganz. Können wir auf Items klicken und ja, können wir gucken, wie das hier gecraftet wird oder dieses Buch, falls wir es mal verlieren. Also verlieren, aber wenn wir es verlieren, können wir es natürlich nicht nachgucken. Von daher, entweder ihr merkt euch das oder ihr holt euch Not enough Items und könnt dann auf R drücken. Und dann seht ihr das, wie ihr Not enough Items installiert. Einfach bei uns auf dem Kanal Not enough Items eingeben und dann wird schon ein Video dazu kommen. Ja, ich würde mal sagen, fangen wir mal an, was wir jetzt erstmal machen können. Zum Beispiel, wir wollen uns jetzt irgendwas craften, nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen Holz. Und dann können wir euch zeigen, wir können hier eine Chest machen. Aber sagen wir mal, wir gehen hier raus und haben was vergessen, bla bla bla. Gehen wir dran, bleibt das hier drin gespeichert. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Das gibt es natürlich auch in anderen Modifikationen, aber ich finde das trotzdem ein ganz cooles Feature. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Items an. Und zwar, wir haben einen, also einen Longbow, den craften wir so mit einem Longbow Body und einem Longbow String. Den Longbow Body craften wir so und ja, den String craften wir so. Wir müssen normale Pfeile nutzen und das ist aber nicht schlimm, weil das ist ja eigentlich besser. Nicht, dass die so teuer sind. So, dann kann ich euch zeigen. Komplett durchziehen. Der hat schon eine ganz schön gute Reichweite. So sieht man, wenn wir jetzt einen normalen Bogen nehmen. So. Ja, jetzt muss ich wieder auf gleiche Höhe. So, einmal so. Und so. Also das ist schon ziemlich krass. Jetzt können wir auf der Höhe gucken. Das hier war mein, das war der Langebogen. Und das hier irgendwo da unten, oder der hier sogar, war der normale Bogen. Also es ist ein ziemlich krasser Unterschied. Also auf Entfernung ist das ein großer Unterschied. Dann haben wir hier eine Steinschleuder. Und zwar craften wir ganz einfach so. Das ist ziemlich günstig. Dann brauchen wir halt noch diese Kugeln dafür. Einfach mit Cobblestone. Und wir bekommen vier Stück. Machen wir mal dunkel. So. Zombie ist gespawnt. Können wir halten. Die hat keine große Reichweite. Ups. So. Also die ist auch nicht so stark. Und ja. Können wir nochmal eins spawnen eben. So. Also man braucht schon sehr, sehr viele Hits. Aber ich meine. So teuer ist die ja nicht. Von daher kann man die ruhig craften. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Blasrohr. Das craften wir so. Mit einem angespitzten Stick. Den angespitzten Stick machen wir mit zwei Sticks. Oder zwei Stöckern. Und ja. Dann noch den Dart. Den machen wir so. Auch mit einem angespitzten Stick. Und einer Nadel. Die craften wir einfach mit Kaktus rein. Können wir sechs Stück. Ups. So. Dann halten wir. Hört man das schon so cool. Und dann. Richtig coole Animation ist das. So. Und dann loslassen. Hat nicht so eine große Reichweite. Ups. So. Gucken wir mal. Auf jeden Fall. Sieht auch ziemlich cool aus. Ist auch nicht so stark. Aber ist auch nicht teuer. Von daher kann man die machen. Wenn man Kaktus über hat. Ja. Und ein bisschen Zuckerrohr. Dies, das. Dann geht das ja. Dann eine. Ja. Eine Schlinge. Die weiß ich nicht. Wie man die. Also die kann man noch nicht nutzen. Genau wie den Hookshot. Die Peitsche. Die kann man schon benutzen. Also es ist noch in der Beta. Von daher. Wird da noch viel programmiert. Oder. Ja. Genau. Geschrieben. Und ja. Machen wir weiter mit der Peitsche. Dafür brauchen wir erstmal Whip Handle. Also den Griff. Den craften wir so. Und. Ups. Dann brauchen wir den Strap. Den craften wir uns. So. Mit drei Leder. Und dann die Spitze. Die craften wir so. Ja. Dann können wir hier rechtsklick schlagen. Hört ihr wahrscheinlich nicht so laut. So. Jetzt hört man das. Können wir mal hier entspauen. Zombie. Gucken wie viele Hits wir brauchen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ist stärker als die anderen. Weil besonders man kann sehr sehr schnell angreifen. Hier. Mal zeigen. Ja. So ist Minecraft registriert das nicht so schnell mit den Angriffen. Aber das ist ziemlich. Also ist ziemlich cool schon. Und ja. Crossbow können wir noch nicht nutzen. Leider. Und. Ähm. Ja. Das hat noch gar nicht gezeigt wie man es craftet. Und zwar. Mit viermal Holzbrettern. Einer Truhe. Einer Werkbank. Und einmal dieses Buch. So. Dann haben wir noch den Boomerang. Das ist eigentlich ein Highlight der Modifikation. Den craften wir ganz einfach so. Ist nicht teuer. Der hat eine Reichweite von 16 Blocks. Kommt dann wieder zurück. Ihr könnt euch auch so bewegen. Der kommt immer wieder. Kann ich auch so hochfliegen. So. Und. Äh. Wenn ich den jetzt mal hier so einen Zombie töte. Dann werden wir sofort zurückgeflogen. So. Und. Ähm. Zum Beispiel sind da jetzt EXP und so. Dann kann er die immer. Kann er die so mitnehmen. So kann er die immer holen. Und. Ähm. Ja. Wie können die den. Äh. An der. Also wir können den Boomerang modifizieren. Und zwar in der Stärke. In der Reichweite. Und wie viele Items der auf einmal mitbringen kann. Also dafür tun wir den einfach hier rein. Und dann nehmen wir zum Beispiel erstmal Redstone. Tun es hier rein. Und dann sehen wir. Der sieht schon anders aus. Hier mit roten Streifen. Da steht. Reach Modifier hat ein plus 0,25 Reichweite. Können wir den mal in die Hand nehmen. Jetzt hat der rote Streifen. Jetzt sieht man keinen Unterschied. Bisher sind ja nur 0,25 Blocks. Kann man dann immer. Äh. Immer hier weiter nehmen. So. Kann immer weitermachen. Jetzt hat der 1,5. 2. So 2,25. Vielleicht sieht man das jetzt. Ne. Glaube ich nicht. So. Dann können wir den weiter modifizieren. Und zwar können wir bis zu 8 Slime. Also können wir 64 Stück drauf machen. Bei Redstone. Bei Schleimbällen nur 8. Das sieht man. Das ist grün. Dann steht da auch. Ähm. Dass der. Wie viel der. Ähm. Mitnehmen kann wieder. 2. 3. 4. Also kann bis zu 8 mitnehmen. Und dann kann der halt auch. Also plus 8. Und dann kann er 1 Stack mitnehmen. Also ich kann ja zum Beispiel das Glowstone Dust. Hier hin droppen. Und der kann mir das alles wiederholen. So 64. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und mit dem Glowstone. Das können wir weiter machen. Und zwar haben wir dann eine. Ein mehr Damage. Können wir auch 64 Stück. Ne machen. Ähm. Machen. Aber wenn man sieht jetzt. Kann ich euch zeigen. Der hat minimal. Minimalen Damage. 0,05 Damage mehr. Und das ist halt sehr gering. Aber wenn man einen ganzen Stack drauf macht. Dann hat man insgesamt. Dann. 3 Damage mehr. Und das merkt man schon. Das ist der modifizierte. Das ist das höchste von allen was geht. Der fliegt ziemlich weit. Und ja. Der macht viel, 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 viel Damage. So jetzt kann ich mal hier hinten hingehen. Kann ihn mal töten. So. Ah. Bleib hier. So jetzt ist er tot. Können die ganzen XP mitnehmen. Dahinter ist ja noch seine. Sein Rotten Flash. Und so erstmal hier das Rotten Flash mitnehmen. Ist da noch was? Ne. Er hat nichts gejobbt. Aber eh vielleicht. Also es ist ziemlich cool damit was zu machen. Besonders im Nahkampf kann man damit. Sehr stark. Sehr schnell angeheifen. Und schon den Gegner auf Entfernung halten. Also ich finde die Modifikation ziemlich, ziemlich cool. Besonders den Boomerang. Und ja. Falls euch die Modifikation auch so cool gefällt wie mir. Dann bleibt jetzt dran. Denn ich zeige euch jetzt auf dem Desktop die Installation. Bis gleich. So. Jetzt geht es weiter mit der Installation auf dem Desktop. Wir brauchen einfach nur natürlich die Mod an sich selbst. Und wir brauchen die Micro Forge für die passende Version. Wir gehen einfach in die Videobeschreibung. Dort werden zwei Links sein. Und zwar einmal kommen wir auf diese Seite bei Mod Doppelpunkt. Dann klicken wir einmal hier drauf. Auf Download für die 1.7.10. Und der downloadet es jetzt schon automatisch. Aber ich breche jetzt. Äh. Äh. Nicht das hier mit Pre4. Sondern das mit, äh, ohne das. Und einfach nur draufklicken. Gehen wir entweder die letzte Version oder die empfohlene Version. Natürlich nehme ich die empfohlene Version. Auf Installer Windows klickt ihr. Und dann könnt ihr das hier oben, ähm, ja, überspringen. Und dann könnt ihr es auch download. Nicht hier auf, äh, normalen Download oder so. Das ist alles verarsche. So. Dann, ähm, drückt ihr die Windows, äh, ne, erstmal erstmal installieren wir Forge. So. Einfach Doppelklick auf die Forge-Version. So. Wenn die sich öffnet. Dann, ja, ich habe Windows 10. Von daher muss ich das jetzt hier mit öffnen. Also immer mit Java, äh, Java Version. So. Achten darauf, dass wir das hier oben ausgewählt haben. Den clean. Und einmal eurem Pfad zu eurem Punkt Minecraft Ordner stimmt. Dann drückt ihr auf OK. Wartet bis es runtergeladen ist. Wie bei mir ist erfolgreich installiert und heruntergeladen. Könnt ihr auf OK drücken. Haltet die Windows Taste und er gleichzeitig gedrückt. Und, ähm, dann öffnet sich das Fenster ausführen. Und wir geben dort ein Prozent AppData Prozent. Drücken auf OK. Suchen unseren Punkt Minecraft Ordner. Gehen da rein. Suchen den Mods Ordner M.O.D.S. Wenn ihr den noch nicht habt, erstellt diesen. Alles klein geschrieben. Geht da rein. Dort sollten noch keine Mods drin sein. Aber dieser 1.7.10 Ordner kann ruhig drin sein. Er kann auch andere Ordner drin sein. Aber keine, äh, Java Version, ähm, ja, Java Version von Programm oder Winra Dateien. Irgendwie sowas. Und, äh, ja, nehmen wir einfach die World Explorer Mod. Ziehen die rein. Können den Ordner schließen. Öffnen. Unsere Minecraft Launcher. Und, äh, das ist jetzt Testunterstrich. Und, äh, das ist jetzt Testunterstrich. So, jetzt warten wir noch ab, bis es gestartet ist. Dann kann ich euch zeigen, dass es geklappt hat. Ja, ähm, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr selbstverständlich abonnieren. Und, ähm, ja. Äh, wir haben immer Minecraft Mod Reviews. Und, äh, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr es mit einem Like bewerten. Oder auch einen Kommentar in die Kommentare schreiben. Und jetzt warten wir noch ab, bis es installiert ist. So, der muss jetzt alle Mods durchladen. Also alle Texturen und, und sonstige Dateien. So, gehen wir auf Mods. Und dann sehen wir hier Microforge aktiv. Und World Explorer Mod auch aktiv. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.